Yo, was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 22 Pack Opening. Vorgestern ist ein nationspezifischer Icon Pick rausgekommen, wo ihr 4 Spieler zur Auswahl habt und alle 4 entweder aus Brasilien, Frankreich oder der Niederlande sind. Wir haben davon 15 Stück im Stream aufgemacht, ich habe euch alle hier in das Video reingeschnitten und wenn ihr solche Pack Openings feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann werde ich sowas öfters bringen. Abonniert auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jungs, wir machen einfach W- oder L-Wette, ne? Guckt euch mal hier Brasilien an. Alles, was über einer Million ist, ist ganz klar W, alles drunter ist ein L. Ori zähl ich als L, Ori zähl ich als L, Kantona L, 100 Kreuf W, Rest L. Okay Jungs, wir gehen rein in den allerersten 93 plus Brasilien, Frankreich oder Niederlande. Icon Pick, 4 Stück haben wir zur Auswahl, ne? Nicht vergessen. Wir gehen auf den ersten Spieler, 73 Physis, 97 Riblings, super. 96 Passe, super. Ich glaube, das könnte ein Ronaldinho oder ein Garincha sein. 89 Schuss ist Garincha, ne? 92 Tempo? Ne, das ist nicht Garincha. Garincha hat doch nicht 92 Tempo. Doch, tatsächlich, Garincha. Zweiter Spieler, 88 Physis. Jungs, ihr seht diesen Zidane gerade vorne, der hat auch 88 Physis. Ich will ja jetzt hier nichts andeuten oder so. 76 Def brauchen wir. Nein. Das ist ein Verteidiger. L. Oh, Hullet? Hullet, guter Call, das könnte ein Hullet sein. Das kann Hullet, das ist doch Hullet. Das kann kein anderer sein. Oh, ne? Hat schon auch erledigt. Hä, wer ist das? Das ist ein AV, ne? Cafu. Müll. 89 Physis. Das ist ein bisschen viel. 92 Def. 88 Dribbling. Wenig Beweglichkeit. 83 Pass. Das ist ein L. Carlos Alberto. Scheiße. Letzter, Jungs. Der Letzte. Kritischer Hase, kritische Lage. 88 Dribbling ist ein L. Das ist ein L. Van Nistelrooy. Schade. Okay, wir haben den ersten Spieler. 73 Physis. 97 Dribbling. Boah, ich hoffe, das ist nicht wieder Garincha. 96 Passen. Ich glaube, das ist wieder Garincha. Ja, das ist wieder Garincha. 88 Physis. Hatten wir eben schon. Äh, 76 verteidigen brauchen wir. Oh, Mann. Wer ist das? Das ist schon wieder Cafu, ne? Oder? Ja, doch. Kühl, Mann. 85 Physis beim Dritten. Ja, ist auch eine Arschritze. Gott, Seedorf. Jungs, der Letzte muss jetzt gönnen. Der Letzte muss jetzt gut gönnen. Ich weiß nicht, ob Hullet 89 Physis hat. Ja, 83 Pass. 67 langer Pass. Schmutz. Oh. 93 Physis. Wenig verteidigen. Viel Dribbling. Kantone. Ist aber auf jeden Fall kein W bisher. 85 Physis. 91 Dribbling ist kein guter. Seht ihr die Beweglichkeit? 82. Das leutet immer darauf hin, dass es eigentlich kein guter Spieler sein kann. Ja, Seedorf. Für den Arsch. Zwei Stück. Wir haben noch zwei Stück. 83 Physis. Das ist, äh, schon besser. Ja, Dribbling wieder reingeschissen, Digga. Ey, rafft euch, Alter. Dritter Pick. Gönnt doch mal ein bisschen. Van Nistelroi. Letzter Pick, Jungs. Wir müssen believen. 79 Physis. 97 Dribbling. 96 Pass. Boah, das glaube ich, ist das Garincha? Haha. Jungs, das ist wirklich Pelé. 96 Def. Äh, wahrscheinlich Def Tempo. Let's go, Jungs. Der erste Nicht-Scammer-Pick. Wichtig und richtig. GG's, Jungs. Drei Picks gemacht. Der dritte war ein Picker-Fisch. Pöhmen, der erste. Carlos Alberto. Cantona. Der vierte muss gönnen. Oh Gott. Und das ist ein Scam-Pick. 78 Physis. Wenig verteidigen. Wenig Dribbling. Und das ist ein Bruch. Van Basten. Aber wir haben ja zum Glück noch drei andere. Wenig verteidigen. Gutes Dribbling. Aber nicht überragendes Dribbling. Und das ist kein guter Rivaldo. Schade. 92 Def. Das ist wieder ein F. Carlos Alberto. Hat der noch einen? Ja, oder? Ja, doch. Er hat noch einen. 88 Physis. 97 Ausdauer. Das. Ist das Hullitz? Könnte das Hullitz sein? Nee. Nee. Wer ist das aber? K4. Ah. Oh. Gesaved, Digga. Gesaved. Oh. Bessere Reflexe als Manuel Neuer. Digga. Was für Reflexe, Alter. Und jetzt. Jetzt. Und jetzt. Ein Zidane. Es ist Zidane so geil. Es ist Zidane. Haha. Wie geil, Digga. Ehre. Das ist Zidane. Ja. Let's go. Zidane. Zidane. Überlese. Aber ich sehe gerade. Ist was Neues. Rein geht's. In den nächsten Icon Pick, Jungs. 73 Physis. 97 Dribbling. Stark. 96 passen. Das ist ein Garincha. Schade. Hat gut angefangen. Zweiter Pick. 78 Physis. 91 Dribbling. Können wir direkt wegmachen vom Basten. Zwei Stück noch, Jungs. Zwei Stück noch. Viel zu viel Def. Viel zu viel Def. Seedorf, Digga. Dieser Seedorf. Seedorf-Hungarinscha. In jedem Pack. In jedem Pack, die beiden. In jedem Pack. 88. Jungs. Ich will ja nicht pushen oder so. Das ist sie so, Jungs. Der hat 97 Ausdauer. Das muss Zidane sein. Als ob das Cafu ist. Boah, das wäre jetzt richtig peinlich. Oh Gott. Das wünscht kein Zidane. Ich war mir so sicher. Cafu. Ihr habt recht. Oh Mann. Reingeschissen. So, wir gehen rein. R3. 93 Physis. Ist scheiße. Ist scheiße. Bin ehrlich. Ist scheiße. Cantona. Crimes and Wurls. Wir gehen weiter zum zweiten. 88 Physis. Jetzt aber bitte Zidane. Nicht wieder blamieren wie davor. Nein. Köhmen ist das. Das ist Köhmen. Köhmen. Oh Mann. Dritter Spieler. 85. Das ist Cafu. Ne, ich sehe doch. Ah, letzter Spieler, Jungs. 80 Physis. Könnte der nochmal knallen? Ich weiß es nicht. Der knallt nicht. Der knallt nicht. Wir hatten bisher nur zwei dicke Fische. 73 Physis. 97 Dribbling. Ist gut. 96 Pa... Nein, wieder Garincha. Ey, der verfolgt uns. Okay, 78 Physis. Dribbling, Schrott. Am besten. Schmodder. Schmodder, sag ich. Ah, Ori. Ja, langer Lulatsch. Ja, kein halber, kein ganzer, ne? Aber ist auf jeden Fall besser als Van Nistelroi und sowas. 80 Physis. 95 Dribbling. Ne, ist es nicht. Rivaldo, ist es nicht. Kannst einfach so öffnen. Okay, dann schauen wir uns einfach so an. Carlos Alberto, der Erste. Cafu, der Zweite. Oh, ne, macht doch nicht so EA mit uns. Seht doch, der Dritte. EA macht nicht so. EA macht nicht so. EA macht unglaublich so. Wow, was ein Scam. 95 Dribbling, 96 Schuss. Cantona. Vor zwei oder drei Jahren war ich auch auf Klassenfahrt bei FIFA Release. Ich hab im Bus, im Bus nach Italien. Alle schlafen. Alle schlafen. Alle schlafen. Nur ich nicht. Ich bin FIFA-süchtig. Ich bin FIFA-süchtig. Ich bin an der Web-App am Handy. An der Web-App am Handy. Und sie macht dort diese Hybrid-Nation und sowas, ne? Ich zieh eine Eiken. Wen habe ich damals gezogen? Raikard war es. Der war damals 400k wert am Anfang. Ich schrei rum. Oh, Eiken, Eiken. Der ganze Bus wird wach. Alle unglaublich sauer auf mich. Es hat sich aber gelohnt. Hat mich so gar nicht interessiert, dass die alle wach geworden sind. Henri, 89 Physis. Wieder ein Verteidiger, Digga. Haben die uns drei Verteidiger reingehauen und ein Cantona? Zieh mir was Gutes. Philipp, ich gebe mein Bestes. Wir brauchen natürlich auch einen Clickbait-Titel fürs YouTube-Video. Deswegen brauchen wir natürlich auch was Gutes. Zidane hat 90 Physis. Äh, 8 nach Physis und 90 Ausdauer. Es ist wie du, Digga. Wichtig. Wichtig. Clickbait-Titel gesaved. Wichtig. Vamos. Wichtig. 73 Physis, Jungs. Guter Wert. 97 und Stribling. Sehr gut. Ja, ja. Garincha. Ist okay, Garincha. 78 Physis beim zweiten Spieler. Dribbling scheißt rein. Können wir direkt weitergehen. Van Basten. Muh. Komm, nochmal einen dicken Fisch. Nochmal einen dicken Fisch. 88 Physis. Zidane. Na, Kömen. F. F, mein Bester. F. Wir schauen uns den Pick an. Carlos Alberto. 100. Vamos, Jungs. Der Titel ist gesaved. Hier der Win. GG's, Jungs. 93 Physis. Ist Müll. Können wir eigentlich direkt skippen. Ist Cantona. Ja. Zidane. Na, Kömen. Oder Cafo. Na, Müll. So, dritter Spieler. Wir hatten bisher Cantona und Kömen. 80 Physis. 95 Dribbling. Ist wieder kein Win. Rivaldo. Ach, Dega. So sehen die meisten Picks aus. Immer ein Cantona oder ein Garincha drin. Aber der Rest ein Müll. 5 Uhr Olivia wird. 1 activity. Nie Globja. SindsMar Savantäu. SindsMar Savantäu.